Grüß euch alle miteinander, ich bin der Hure Markus. Wir haben das Bündnis Hand in Hand für unser Land ins Leben gerufen. Wir veranstalten am 28.01. in München auf der Theresienwiesen eine Grußkundgebung und dazu würde ich gerne ein paar Leute vorstellen. Grüß euch, ich bin die Sophia, bin 23 Jahre alt, junge Mama von der kleinen Loni und ich wünsche mir für die Zukunft, dass Betreuungsplätze, was Kita und Grippe betrifft, für unsere Kinder eine Selbstverständlichkeit ist. Grüß euch, ich bin der Andreas Müller, ich bin Maurer und möchte gerne mal wieder ein Heisel bauen, wo es sich eine junge Familie leisten kann. Ich bin der Adi, ich arbeite in einer maurischen Gemesserei. Ich bin für eine faire Einwanderungspolitik, die langfristig funktioniert und integriert. Ich bin der Max, ich bin Rentner und ich wünsche mir für alle Rentner einen würdevollen Ruhestand ohne finanzielle Ängste. Ich bin der Georg und betreibe in der vierten Generation ein Wirtshaus in Bad Feinbach. Ich bin dafür, dass Unternehmertum und der Mittelstand politisch wieder wertgeschätzt werden. Ich bin der Bernhard, ich bin Landwirt und wir wollen auch in Zukunft gesunde und regionale Lebensmittel produzieren für uns und für unsere Kinder. Also Leute, treffen wir uns am 28.01. Wir sehen uns alle am 28.01. Am 28.01. In München auf der Theresienwiesen. Am 28.01. auf der Theresienwiesen. In München. Wir sehen uns. Los geht's um Zweifel. Wir haben uns das mal dazu entschieden, dass wir unsere Trucke und Lastwagen daheim lassen. Der Mensch steht im Vordergrund. Organisiert euch Busse, hört euch zusammen. Weil nur mit dem Bus darfst ihr bis auf die Theresienwiesen fahren. Wer mit dem Auto reist, bitte auf die Öffentlichen umsteigen. Für uns als Veranstalter war auch noch wichtig, zu wissen, wer kommt, mit wieviel Leute, wieviel Busse. Schreibt uns deswegen eine E-Mail oder über Social Media eine Nachricht. Wichtig ist, dass alle kommen, weil nur miteinander können wir was verändern. Bis zum nächsten Mal.